Vor kurzem gab die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP, Frau Strack-Zimmermann, in der ARD ein Interview. Offenbar möchte sie unsere Soldaten in den Krieg schicken mit all seinen hässlichen Folgen. Und eventuell wirst dann du, dein Vater oder dein Ehemann ebenfalls eingezogen und müssen dann gegen Russland kämpfen. Alle Details und meine Meinung in diesem Video, los geht's. Die FDP-Politikerin Frau Strack-Zimmermann ist seit 2001 Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages. Und ihre Haltung zum Ukraine-Krieg und gegenüber Putin macht sie ja bei jeder Gelegenheit äußerst deutlich. Ihre Devise heißt dabei maximale Konfrontation anstatt Deeskalation. Und vor wenigen Tagen gab sie in der ARD ein Interview, wo es um die Nachfolge der zurückgetretenen Verteidigungsministerin Lambrich ging. Und was sie dort sagte, das machte mich echt fassungslos. Schauen wir uns diesen Ausschnitt im Video mal an. Natürlich ist das alles nicht schön, dass die Ministerin nach 15 Monaten im Amt ihren Rücktritt anbietet. Das ist sehr ehrenwert, dass sie das macht. Aber da muss man natürlich sofort den Schalter umlegen, nach vorne gucken und schauen, wer ist in der Lage, dieses Amt zu führen. Und das gibt bestimmte Voraussetzungen. Das darf keine Persönlichkeit sein, die das als Sprungbrett sieht für weitere Aufgaben. So wie es übrigens auch die Vorgängerin von Frau Lambrecht, Frau Kramp-Karrenbauer, gemacht hat, die seinerzeit ins Kabinett wollte und sich gerade dieses Ministerium ausgesucht hat. Es muss jemand sein, der sehr durchsetzungsstark ist. Das heißt auch, trotz Loyalität zum Kanzler am Kabinettstisch auch die Interessen der Soldatinnen und Soldaten laut vertritt. Und damit komme ich zum Wichtigsten. Es muss eine Persönlichkeit sein, die ein Herz für die Soldaten, für die Soldatinnen hat, sie versteht und deren Brille trägt. Heißt, Entscheidungen trifft für die Personen, die am langen Ende für uns in den Krieg, in eine Schlacht ziehen müssen, um unsere Freiheit zu verteidigen und das mit ihrem Leben. Und das sind Bedingungen, die müssen erfüllt werden. Also das, was wir da gerade gehört haben, ist schon ziemlich krass, oder? Sie sagt, der neue Verteidigungsminister muss Entscheidungen treffen für die Personen, die für uns in den Krieg und in die Schlacht ziehen, um mit ihrem Leben unsere Freiheit zu verteidigen. Also das sind schon sehr, sehr deutliche Worte, gerichtet an den neuen Verteidigungsminister. Und natürlich könnte man jetzt sagen, das ist doch völlig normal. Soldaten sind doch zum Kämpfen da und jeder, der Soldat ist, der weiß, dass bevor er sich seinen Beruf aussucht. Und ja, das stimmt. Allerdings ist der letzte große Krieg mit deutscher Beteiligung fast 80 Jahre her und für die kleineren Auslandsmissionen, wie zum Beispiel in Afghanistan und Kosovo, das waren ja eher Missionen zur Friedenssicherung oder zur Ausbildung von einheimischen Soldaten. Auf jeden Fall waren das keine Missionen, wo du gegen russische Panzer oder gegen russische Artillerie antreten musst. Und jetzt leben wir aber in einer anderen Zeit und es herrscht Krieg in Europa. Und anstatt in diesem Krieg zu deeskalieren, schickt der Westen ständig neue Waffen. Und auch das letzte Tabuthema mit der Lieferung von Panzern steht nichts mehr im Wege. Und alle Politiker, die haben ja gehofft, dass dieser Krieg möglichst schnell vorbei ist und Russland sowieso nach zwei Monaten Sanktionen aufgeben wird. Aber Pustekuchen, ja, der Krieg eskaliert immer, immer weiter und zwar in folgender Reihenfolge aus Sicht des Westens. Als allererstes natürlich mal die moralischen Beistandsbekundungen nach Kriegsausbruch. Als weiteres kamen denn die Lieferungen von Hilfsgütern und humanitäre Hilfe. Als drittes kamen denn die Sanktionen gegenüber Russland. Mittlerweile sind wir schon beim Sanktionspaket Nummer 9. Und ob die Sanktionen was bringen oder nicht, ist mal eine andere Sache. Als viertes kamen dann Waffenlieferungen in die Ukraine. Als fünftes gab es denn Lieferungen von schweren Waffen, wie zum Beispiel den Gepardpanzer oder auch die Patriot-Flugabwehr-Raketensysteme. Und als nächstes, Punkt 6, käme dann die Lieferung von Kampfpanzern, zum Beispiel unserem Leopard. Und als letzte Stufe der Eskalation schicken wir dann unsere eigenen Soldaten. Und nachdem ja jetzt die ersten fünf Stufen nicht gefruchtet haben und Russland immer, immer weiter kämpft, folgt nun die Stufe 6 her mit dem Schicken von Kampfpanzern. Und wenn das auch nichts bringen sollte, wenn Russland dann auch nicht aufgibt, dann werden wir in der letzten Stufe unsere eigenen Soldaten schickt. Und damit stehen wir dann mitten im Dritten Weltkrieg, weil sich China sicherlich auf die Seite von Russland stellen wird. Und auch wenn China das nicht direkt tun wird, dann werden sie in der Zwischenzeit auf jeden Fall Taiwan angreifen, weil die NATO dann abgelenkt ist, weil sie ja an der Ostfront gegen Russland kämpft. Und die USA hat Taiwan ja schon Hilfe zugesagt im Falle eines chinesischen Angriffes. Und damit wird die NATO dann auch noch an der Westfront gegen China kämpfen. Und wenn die NATO sowieso gleichzeitig gegen Russland und gegen China kämpft, ja, dann werden sich Russland und China sowieso verbünden. Und wie ernst ist Frau Strack-Zimmermann meint, ja, das hatte man ja vor kurzem bei dem Raketeneinschlag von Polen gesehen. Eventuell erinnerst du dich, das war ja vor rund einem Monat, dort sind Raketen in Polen eingeschlagen und die haben zwei Menschen getötet. Direkt danach, noch in derselben Nacht, titelte dann die Bild-Zeitung Zwei Tote, Putin feuert Raketen nach Polen. Und auch Frau Strack-Zimmermann twitterte daraufhin Folgendes. Nicht nur haben russische Raketen offenbar Polen und damit NATO-Gebiet getroffen, sondern auch zu Toten geführt. Das ist das Russland, mit dem hier einige offenkundig und absurderweise immer noch verhandeln wollen. Der Kreml und seine Insassen müssen sich umgehend erklären. Sie schreibt also, dass russische Raketen NATO-Gebiet getroffen haben. Sie schreibt nicht, dass die Polen getroffen haben, sondern explizit NATO-Gebiet getroffen haben. Und was passiert, wenn ein NATO-Mitglied angegriffen wird? Richtig, der Bündnisfall tritt ein und man kämpft zusammen. Also auch Deutschland müsste dann mit seinen Soldaten gegen den Angreifer kämpfen und in diesem Fall wäre das Russland. Blöd an der Tatsache ist nur, dass kurze Zeit später herauskam, dass es doch keine russischen Raketen waren, sondern sogar ukrainische Raketen, die in Polen eingetroffen sind. Also Frau Strack-Zimmermann hat sich komplett geirrt und damit beinahe schon im Dezember den Dritten Weltkrieg ausgelöst. Und der Spiegel schrieb dazu passend einen Beitrag mit dem Titel Sorry, ich habe den Dritten Weltkrieg ausgerufen. Du siehst also, Frau Strack-Zimmermann betreibt hier massiv Kriegspropaganda und will den Krieg lieber heute entscheiden als morgen. Mit alledem, was dazugehört. Wenn also Frau Strack-Zimmermann vor diesem Hintergrund in den aktuellen Interviews davon spricht, dass unsere Soldaten in den Krieg ziehen müssen, dann meint sie damit keinen abstrakten Krieg, sondern den aktuellen Krieg in der Ukraine. Und so wie sie in dem Interview redet, habe ich auf jeden Fall den Eindruck, dass sie unsere Soldaten lieber heute als morgen in den Krieg schicken will. Und ich bin deswegen sehr, sehr froh, dass Frau Strack-Zimmermann nicht die neue Verteidigungsministerin geworden ist. Und ich hoffe, dass Boris Pistorius deutlich weniger kriegslüstern ist als die Frau von der FDP und dass wir endlich mal auf Deeskalation und auf Diplomatie setzen. Und ich hoffe, dass die Frau von Deeskalation und die Frau von Deeskalation und die Frau von Deeskalation